So, dann machen wir mal hier weiter, wo wir aufgehört haben. Naja, laber nur so viel. Alter, hier ist ja gar kein Durchblick mehr, ey. Oh, wer liegt denn hier? Samuels, ich habe die Medikamente. Wir sind an der Transitstation beim Empfang der Krankenstation. Rupi, wir haben Schüsse gehört. Und wenn wir die gehört haben, dann wird die Kreatur das auch. Ach ne. Klarna, hier unten in San Cristobal ist was passiert. Sperren Sie alle... Hm. ...dass ab, damit niemand den Tator stört, bis Garcia mit der Spurensicherung kommt. Das bleibt vorerst unter uns. Absolut. Erhalten Sie Zugang zum Zellenkressübel Empfang? Verschwiegenheit. Okay. Auf der Station sollte jetzt wirklich besser... ...da keine Panik ausbrechen. Und noch was. Wenn ich auswende, wer das an Ransom weitergegeben hat, dem werde ich seine Scheißdienstmarke zu fressen geben. Er taucht auf, faselt irgendwas von Sixen Sonderrechten und hat sich das ganze Theater aus nächster Nähe anschauen können. Dies ist ein ernstes Problem. Das letzte, was ich brauche, ist, dass dieser Ransom Schwierigkeiten macht. Waits. Ende. Ah, komm, labber nicht so viel, ey. Ich hab mir schon verdammt mit zu tun. Meine Fresse, ey. Ich lass dich erst mal so mal empfangen, Alter. Ist ja eine Schweid. Boah, Alter, das Spiel ist total anstrengend, ey. Boah, hab ich ein Glück, ey. Auf dem Schrotthaufen kann man wirklich keinem trauen. Der Koffer hier hätte es hier keiner. Ringen ja alle mit der dicke Knarre rum, ey. Dann nehmen wir nochmal, ey. Der Empfang ist Sperrgebiet. Ich kann nicht näher rangehen. Das ist der einzige Weg. Ripley, das ist ein Krankenhaus. Evakuierungsverfahren müssen eingeleitet werden. Leiten Sie den St. Christopher-Evakuierungsverfahren ein. Oh, wo ist er jetzt das, Alter? Ey, Leute, Alter, wollt ihr mich schon verarschen, ey. Wie, 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 wie komm ich denn jetzt da hin? Leck mich am Arsch, ey, Renniker, hier hin und her, ey. Was ein Scheiß, Alter. Was auch immer du bist, du hast ja nichts zu suchen. Oh, nein, ey. Du bist nicht einfach. Ich hoffe, es wäre schwer, dass du ein Mensch bist. Ja, Problem, Alter, ja. Ich möchte hier einfach nur vorankommen, wenn ich das Scheiß-Kack-Spiel, ey. Es ist anstrengend. Es ist dunkel. Man sieht nichts. Oh, mein Gott, ey. Boah, Alter, ich denke mal, ich bin hier richtig. Hoff ich mal. Einmal. Zweimal. Das Spiel macht mich fertig, Leute, ey. Ihr lobt das nicht, ey. Das ist doch nicht mehr normal, ey. Ich werde das mal sicher selber hier abspeichern, ey. Sicher, ist sicher. So, dann werden wir hier das letzte Ding hier betätigen. Eins, zwei, und drei. Boah, bitte nicht eher, ey. Wie, der kommt mir zu nahe, ey, deiner schießigen Penner, ey. Ripley, alles in Ordnung? Ripley! Nicht jetzt! Ist ja auch noch schon in Ordnung. Ah, was macht er jetzt da oben? Ja, geh mal ruhig weiter. Oh, wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Äh. Ja, und wohin? Oh, das ist nicht dein Ernst, ey. Ja, es ist klar, ey. Äh. Äh. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall im nächsten Part weiter heute rein. Bis dann.